So, eben waren wir noch auf einer Seite des Bootes, jetzt stehen wir oben auf dem vermeintlichen Sonnendeck und es ist umso faszinierender, was uns hier erwartet. Der Blick nach vorne, man sieht viele Boote. Ein Beispiel hier an den... Ein Beispiel hier an den Schrauben, das ist ein Schrauben, das ist ein Schrauben, das ist ein Schrauben. Einige Boote folgen uns hier auch. Ein leichtes Surren ist zu vernehmen im Motor.